Ja moin Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute hier bei uns am Teich. Wir versuchen heute ein paar Barsche aus dem Teich zu holen. Ich habe mir hier so eine kleine Box hier fertig gemacht mit 1-2 Wobblern und ein paar Spinnern und dann hoffen wir mal, dass du heute so 2-3 Fische ans Band kriegst. So Leute, erster Fisch. Ein schöner kleiner Bart auf Wobbler, der darf wieder schwimmen. Bis zum nächsten Fisch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.